Willkommen im Honigtöpfchen. Hat ein Name. Oh, dann muss ich sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten drei Jahre lückenlos ausgebucht. Drei Jahre lang? Wir wollen ja nicht nur ganz kurz mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe, aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untröstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Einen haben wir ja noch. Oder eine. Ich glaube falsch, ne? Frische Honigknöbel, Leute. Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Oh, jetzt. Okay, ich glaube, er hat es nicht geschafft. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay. Welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch lieben, denn heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig werden. Und, Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Ey, Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife Gipfelchen Hä? Wird's bald? Oh! Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt. Kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Ach du Scheiße. Eine Standardmassage, oder? Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Das war halt in dem ersten Spiel nicht drin. Zumindest nicht so. Dann gib mal die linke Hand. Werd gucken, was ich machen lässt. Das tut weh. Ach ja? Wenn's dir nicht gefällt, dann hören wir halt auf. Jetzt bist du auch mal rein. Probier mal eine Fass zu ballen, dann merkst du die Wirkung. Oh. Los. Schön die Fingerchen krimmen. Oh. Ja. Fühlt sich gut an. Hm. Hm. Ich will gar nicht wissen, was die 3000er-Massage war. Ganz okay. Was machst du da? Eine Faust. Das ist ein bisschen mehr andere, glaub ich. Äh. Nicht so wichtig. Da kann man sich dran gewöhnen. Was? Mein Gott, jetzt gib mir die Empfehlung. Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Hm. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Hä? Wenn ich Corneo, ein Landei wie dich, serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Ich find's okay. Danke, Cloud. Wenn ihr tuteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber woher kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du's bezahlen kannst. Oh, yeah. Was soll's kosten? Eine Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, hab ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Oh nein. Und wenn du gewinnst, dann mach ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich? Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Ja, dann. Wo ist denn die da ausgangen? Oh. Ich noch mal ne Behandlung hier. War zu kostenspielig. Guck mal, die sich um elf Fingernchen ist auch geil. Das war, glaube ich, auch nicht im Hauptgame. Ich bin falsch gelaufen. Wird sein da hinkommen. Okay, hier nicht. Oh, guck mal, wir haben Kohle gefunden. Ist ja mal geil. Das allererste Mal da drin, in dem Gebäude. Wie komm ich da hin? Sagt ja unterirdisch, ne? Wir entfernen uns immer weiter. Aber wo sind wir hier gelandet? Da kommen wir nicht hin? Okay. Ich glaube, das ist Zukunftsmusik, wo wir jetzt hier gelandet sind. Ich glaube, wir werden nämlich hier einen Anschlag ausüben. Das war so der einzige Weg, um die Leute reinzuschleusen. Oh, schön, es krüchelt hier. Die haben richtig viel Arbeit hier reingepackt. Finde ich gut, ey. Was? Du willst jetzt noch mitmachen? Bist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Ihr tretet zusammen an? Nein, nur ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Boah, jetzt geht's runter in die Fight Club, ja? Das geht weiter runter, als ich gedacht habe. Wie lange wir wollen noch fahren müssen? Was meinst du, wie viele Leute antreten? Der steht und guckt nur blöd. Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Los, hier geht's lang. Macht schon. Midgard, ich darf die niemals schlecht. In ihrer Almette ein funkelndes Juwel namens Schmalmacht. Bei Rauch des Vergnügens kann gegen ihre geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Sie haben das wertvollste Kleinod von allem gewinnt. Kommen in Korn, Neos Colosseum. Viel fällt sich an ihn. Heute werden sie hier auf dem Wallmarkt Zeugen der spektakulärsten Ereignisse der Welt. Unsere Kämpfe werden ihm den Arsch brauchen. Der Gewinner kriegt Zeige und Schreibe eine Million. Und es gibt nur eine Regel. Den Gegner zerschmissen. Laden los. Bis das Fluch schmissen. Erbarmungslos. Nur wer alle Register zieht. Nur wer am Ende noch aufrecht steht. Wird mit Ruhm und Reichtümer gewalt. Na abwarten, Claudia. Wisst ihr, die es gar nicht erwarten können, ihren Opfern die Kehlen rauszureißen. Doch wir haben sie genug auf die Beuter gespannt. Scheiße, blutige Kämpfe. Der Colmeo-Kapp ist hier mit der Öffnung. Oh je. Wo sind wir denn hier gelandet? Ah, da kann man Potions kaufen. Oh. Oh, der Megatrank ist günstiger. Sonderpreise, ne? Muss uns durchschlagen. Kurz auffrischen. Herr Kapp, ignore es gut rum. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020